uniquwarsch HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Unsere Stimme ausm w cognitiv Eines der Bestandteile muß irgendwo in der Nähe sein suppys mu klar und au sympathies Uñ ABOJ Erneutes ich zeige euch etwas längst dieses dass sogar die wir mal dieses neue lea bloß kardavann labern als träume haben verloren bild euch und ich schon diese scheiße augen es hat mich nicht bewegen dankeschön Ja, dankeschön, Kontroller. Ja, was ist denn das für ne Scheiße? Ja, ein Kabel los. Ist voll gay. Du 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 du. Kabel los. Ist voll gay. Du 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 du. Kabel los. Ist voll gay. Ja, du hast Jinx-Tage. Leid, was? Oh, das sind die. Ja, die sieht aber cool aus. Nehnt echt cool aus. Au. er mich schon mehr bei wo ist die mensch gefallen aber jetzt ungewollt du hast verflucht magie und jetzt wieder zurück wieso komme ich nicht zurück ich weiß doch dass ich etwas vergessen hab ja das hat man gerade noch mal gesehen ja ich habe was vergessen und ich will nichts vergessen weil ich will 100 prozent ich kann schon wieder mich nicht bewegen hat ihn controller oder kann ich wieder muss ich habe diese augen sauber sind so nervig und laufchen rein okay wie auch immer die idee von den augen hatte ist in ahnung was gut spricht dann bedeutet nein von euch war noch hoch ich habe so schafft und so sick also man kriegt so viel mehr damit raus die schuss auf dem buch ja mit beiden um die schuss ergibt keinen sinn o m g o m g schoß ich liebe den so sehr und ich höre ich glaube ich habe es dann wobei nicht wo man selber gar nicht vergessen ich maximiere meine tinker bärz das ist mein tinker bärz so schick kam vier an der zahl Da da! Da da da! I'm Batman! Wow! Oh lord. Okay. Was hast du? Aber ist egal. Yeah, noch ein Gin-Kristall. Uh! Dumm, dumm, dumm. Ja, das fällt mir wieder. Ey. To be honest. Eine Änderung hat mir, äh, sagen wir, das Spiel komplett scheiße war. Also das DLC. Jetzt wo ich es ordentlich spiele, also zu 100% spiele und wieder Lust wieder hat auf Chanté. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt gar nicht mal so scheiße. Nein. Kann ich auch. Wo ist der mein? Nein, man kann gar nicht. Dann kann man nicht so schnell hin. Nein, oh mein Gott. Wahrscheinlich hoch. Wahrscheinlich bekommen nach, äh, nach diesen Doppelsprung. Weil, das... 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 Das muss halt echt zu sein, das wir einen Doppelsprung bekommen. Sonst frag ich mich halt echt, wie sollen wir das machen? Oder? Ne, man kann da nicht. Ne, man kann da nicht springen. Oder war sonst gedacht, müsste man Skill beweisen? ha 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 here recht hast du recht shit die 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 mein gos versorgt richtig so ich erhöhe mal mein mund sonst gut muss ja jetzt 50 tragen sechster fach auch ich glaube da kann man auch hoch mit dem doppel Sprung ja diese musik ist ziemlich gut mit der musik und nächster abschnitt lasst mich für die speichern boss ich habe das gemacht und es tut ja das war ja vollfahrt ja ich springe immer viel zu früh und ich weiß nicht wieso ich das tu nein 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 ja ich springe immer viel zu früh viel zu früh viel zu früh wenn ich nicht dass diese spinne super süß aussehen und stein sich die spinne so viel verfolgt kurz knapp glück schaden die mich neun der kunde fallen lassen wo ich stellen abgrund ich hoffe ich das gemacht ja bin ich behindert oder was behindert ja ich denke ziemlich hart nach scheiße behindert behindert ja das wenn ich sie nicht war zu gehen oh mein gott bin ich schlau halte ich bin smart hier ich bin schlauer ich bin smarter hat's und smarty oder so und smart hat's und smarty wieso stelle ich einfach meine männer aus wenn ich bin dann wo soll ich denn die und den abgrund laufen zu lassen wo stürbt los auf der linie abgrund gott ja ich habe das macht Ну, du, du, du. Der-du dum dum dum. Duherum. Duherum du. Duherum du. Duherum duvärum. Duherum du該at. Duherum du, duherum du. Duherum du. Ja, duшего. super leicht der schampfen ach das war aber gegen mich kannst du ja wie komme ich denn da hoch ich würde das gerne wissen oh ja wissen ja oder er hat geist mit regen poncho ich bin hier mein bestandteil für meine maschine war zu veransprochen bevor du meinen befehl und verschonen dich von der welt schmerzen durch rachlose piraten riskierbar eine kreatur die verfluchte magie besessen ist ich habe keine absicht dir zu helfen nein ich habe endlos auf die chance gewartet mein böses gegen deins kämpfen zu lassen jetzt hier in diesem theater schmerz werden wir endlich und ich du bist zu früh dran wir werden das nicht schaffen wenn du dir einfachst nahm also nicht freuen kannst äh ähm echte abenteuer finden man in büchern ihr zwei seit einer zeitverschwendung was gesagt in der schule bleiben es gibt bei mir in der schule bleiben yoga yoga ist ganz wichtig dort schon ich bin da extra rein als richtung gut wie ich auf mein lehm achte 60 glücklicherweise 1 90 100 100 100 100 100 100 100 100 Ok, das war Quidi. Wie lange überlebt der noch? Oh Gott, da bin ich reingelaufen. 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 Oh ne, böse mal zwei. Nicht mal drei? Oh. Au. Ich muss mich zu oft heilen, weil ich von allen getroffen werde. Ich Affe. Ich muss mir noch. Seit echt lang war ich. Ey, wieso springe ich denn nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie lange braucht er denn noch, bis er stirbt? Oh, der ist deswegen so tot. Hallo? Was soll denn der Scheiß? Das wird lange dauern, dass er tot ist. Ich habe ihn so gut keinen damage gemacht. Ach, stirb doch einfach. Oh mein Gott. Ich habe ihn davon getroffen. Gib er sie? 2, 3, gut. das macht gerade mal 5 damage die kleinen kohlen darfst du doch einfach kann nur so nervig sein leben hast du in 500 und sogar ist eines von leben hast so hast du dich schon weil ich habe oder du sagst du wohnst du kannst alles dort ihr seid eine schande geht und denkt über eure leben nach du hast mich viel zu nachdenken geben das bestandteil wird dir ich verstecke mich jetzt die bühne ich werde diesen tinnfisch in sein eigenes hinter kochen ups ausgezeichnet mit diesem teil mein besitz werde ich in der langsamen die normen noch stärker zu machen es ist für mich das kann uns sprung vorher die kann um höhere zu springen als vorher kann auslösen werden um noch schluss zu springen gute arbeit meiner ich werde dies kann uns sprungswort die probe stellen bringen wir weiterhin diese vorrichtung jetzt wo ich alle fünf teile habe kann ich mir die kann ich meinen gingen kristall verwenden um nicht in drei zu finden es zeigt den neuen verwässerten die normen zu werfen wenn diese dinkes haben zusammen und was seid ihr damit ihr habt noch nicht genug kristalle es war eure aufgabe mich zu erinnern das ist alles eure schuld ich habe man so schön sagt wie man so schön sagt wenn wir etwas richtig machen willst muss muss jemand anderen empfehlen es für dich zu tun die zum schalternd verurteilen und es dann selbst tun es hat so schwer ein türen kettens dann nun wo wäre ich diese letzte dieser dinkes heißt dass man kann das spiel gar nicht abschließend wenn man nicht alle findet und ich dachte wir gehören einfach nur zu 100 prozent und wenn ich noch mal ein hypnos buch eingehen und vor anfang an spielen und alles suchen finden müssen suchen müssen finden meine dd die war schon doch gut ja mal in deutsch von kanonensprung hat sich wahrscheinlich was auch schon der sprung hier und besorgt ja macht da ja ich habe keine los mit diesem kindergarten zu spiel ja zu spiel ich habe keine lust mit euch zu spielen keine los mit euch zu spiel deshalb renne ich jetzt einfach mal du meinst du hast verfluchte magie mir fällt jetzt ein dass ich geschießt habe ich finde es gut dass wir hier den gangbang auf nicht ich bin zu spiel ich bin zu spiel ich bin zu spiel ich bin zu spiel oh gamepad bitte auf seite mal vernünftig löser und zweitens bauen lassen und leute an sie noch mal zwei ich habe es ja ich habe drauf so teiler auf bot denkt sie wirklich ihren eigenen arsch und so als tor und geil oh nein ich bin direkt reingesprungen eigentlich wollte ich juken aber ok vielleicht würde ich mal behaupten ja du hast verfluchte magie verfickte magie und so oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott das kann doch nicht wahr sein oh nein oh mein gott doch Duh tuh 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 Ah schaap Git Ja du musst du starten Was kann ich verwöhnen? Da muss man mal den Piraten mit Jetzt kann ich noch länger kreiden Upload Ja Und wenn das ein Virus ist Dann schickst du wieder alle den Abgrund runter Ah warum gefällt es mir so sehr? Lektion gelernt Ja also sollte ich versuchen nicht so stylisch zu kommen Oh mein Gott das habe ich nicht gesehen Naja so hast du eigentlich gedacht Ups geschießt Ach vermöbelt Get rekt Bitch Ja warum auch immer sie nicht angerufen hat Ich weiß es nicht Aber ist okay Ernsthaft? Ja doch einfach mal Hallo ja Haha Ja das kann doch nicht sein Und wieso mache ich diese Kacke Ja mhm Kacke Ja wie kann man nur so dumm sein Oh nein 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 Dumm sein Dumm sein Habt ihr gerade den link gesehen? Und da war euch das Nur Ich habe euch auch geleckt Ich weiß nicht Ist ja kein Lächeln Also kann ich nicht einfach nachfragen Lieber zu sagen Mit einem Bustern Haben Das ist ja Wir haben Kann ich nicht In Wir haben Wir haben ein schritt näher mein ziel zu erreichen ich kann sie verschwenden ja ich auch was wir es noch sagen dass das mit der folge sind sehr nichts muss dann schon